ja hallo liebe remote teilnehmerinnen am kongress das thema ist transformation freut mich sehr dass ich dazu hier sprechen kann und morgen auch ein workshop habe ich fange mal damit an wie arbeiten wir denn heute als business coaches grundsätzlich im konventionellen coaching da ist es ja so wir haben eine einzelne führungskraft in unserem coaching mit der wir sozusagen gespräche führen die frage ist was steht generell dahinter und worum geht es bei dem bei dem coaching und letztendlich behaupte ich geht es ja darum dass die gesamte organisation aus der die führungskraft kommt gute leistungen bringt auch das team wo sie ist dass sich neue handlungsmöglichkeiten entwickeln dass wir probleme gelöst bekommen in den unternehmen und nichts nicht zuletzt dass es allen gut geht und sie nicht etwa unfit sind und opfer von erschöpfung und burnout werden was ein thema was wir heute sehr häufig auch haben vielleicht können wir uns darauf verständigen dass es diese dinge sind so und jetzt schauen wir mal wie konventionelles coaching heute dem unternehmen dabei hilft ich nehme da gerne eine ein vergleich und zwar aus dem leistungssport wo das coaching herkommt nehmen wir julian nagelsmann der also der coaches von bayern münchen und wenn der so arbeiten würde wie wir heute dann wäre es so julian würde alle zwei wochen mal ein oder zwei spieler sehen würde mit denen stehen und über spielen reden und gucken wie ihre fitness ist und würde ihnen tipps geben beim spiel selber darf er nicht zuschauen weil er sozusagen da nicht zugelassen ist im übrigen hat er nur zwei spieler die anderen spieler haben entweder keinen coach oder sie haben einen anderen und jeder coach arbeitet seinen eigenen methoden das ist für mich ungefähr so das szenario was wir haben was er auch kann im leistungssport ist er kann einfluss nehmen auf die mannschaftsstrukturen auf die taktik und auf die spielweise wie das die das team hat und er sieht eben seine mannschaft das kommt so ein bisschen zu dem punkt was sollte sich denn bitte ändern heute im business coaching was jetzt wir machen und wie sollte es sich wie sollte es sich entwickeln coaching sollte das ist der erste punkt vielmehr ein team coaching sein und etwas das individuelles coaching dann mit einschließt aber eben team coaching die teams und die organisation sollten sich aber auch und das meint ja auch die transformation grundsätzlich überlegen wie sie sich grundsätzlich konfigurieren wollen und wie sie wie sie arbeiten wir arbeiten heute in denen wie schon in der ankündigung gesagt strukturen die stammen wirklich aus dem 19 jahrhundert aus der familie aus der maschinenfabrik und sind in der grundordnung dem militär entnommen worden vorgesetzte bestimmen und entscheiden mitarbeiter führen aus und sind wenig beteiligt an der governance viele probleme viele grenzen die wir haben haben heute mit diesen strukturen zu tun ja es gibt jetzt neue entwürfe für die transformation einer ist der auch schon genannte living organization ansatz wo intelligente organisationen mit autonom vernetzten teams arbeiten die keine führungskräfte mehr haben sondern mit verteilter kollektiver intelligenz arbeiten das ist etwas was ich in dem workshop ein bisschen näher erläutern kann es gibt eine ganze reihe mehr solcher ansätze die haben eines gemeinsam die organisation steuert sich aus sich selbst heraus mehr dezentral und die mitglieder sind mehr eingebunden in die governance und es geht mehr um das agieren von teams als das agieren einzelner führungskräfte die es ja gar nicht auch mehr gibt was sollte jetzt coaching mit so einem szenario anfangen wo es also mehr um die um die teams geht vielleicht ungefähr so wir begleiten die mitglieder der der teams dabei und befähigen sie dass sie auf diese dynamische auf diese partizipative art miteinander arbeiten können und wir brauchen strukturelle veränderungen dafür in den teams und neue kompetenzen die die teams eben auch haben es gibt ein problem bei strukturellen veränderungen das braucht weit greifende entscheidungen von sehr weit denkenden menschen um diese strukturellen veränderungen durchzuführen ich habe das in trafo projekten schon erlebt allerdings ist das seltener von anfang einer transformation der fall dass jetzt ein unternehmen bereit ist an den ganzen führungsstrukturen zu ändern es gibt deswegen eine alternative die alternative nennen wir transformation von innen das heißt wir lassen die äußeren strukturen bestehen es gibt weiter eine teamleitung und das team beide vereinen vereinbaren aber einvernehmlich dass sie auf eine ganz andere art und weise miteinander arbeiten wollen und die führungskraft bleibt offiziell sozusagen auch die führungskraft und das ist das was wir den teams vorschlagen verteilt managementaufgaben an teammitglieder die das gut können oder die das lernen wollen holt euch die entscheidungsprozesse in die teams hinein wo ihr die größte kompetenz habt und trefft entscheidungen im team veranstaltet regelmäßige meetings mit wechselnder moderation auch so daily und weekly meetings wo ihr euch sagt wie es euch geht erarbeitet euren team purpose stellt eure werte eure grundsätze und eure ziele auf und gebt euch regelmäßig feedback wie ihr arbeitet und wie es ihr arbeitet und wie es euch damit geht das ganze ist dann ein sehr sehr guter anfang für die transformation eine erste stufe und hat einige effekte auf die leistung und auf das wie es den leuten im team geht und was auch die motivation ausmacht wichtigstes element dabei das kann man sehen sind teamkompetenzen die jetzt erworben werden werden müssen das ist übrigens ein sehr unbekannter konstrukt im people und culture bereich habe das mal wir haben eine wissenschaftliche arbeiter schreiben lassen zum thema neue organisationen und kaum literatur gefunden wo jetzt teamkompetenzen als solche beschrieben sind was ist das eigentlich welche haben wir da und auch da hat julian nagelsmann ist wieder besser weil im leistungssport gibt es so sachen im fußball wie um schaltspiel angriffsspiel spielen gegen den ball standard situationen ausführen elf meter schießen und so so dinge wir brauchen jetzt kompetenzen für unsere teams natürlich im business umfeld und wir haben sieben insgesamt aufgestellt wo wir sagen das sind kompetenzen die sind essentiell auf die kommt es auf jeden fall an kompetenz 1 leadership als teamkompetenz wie können wir als team orientierung geben strategien finden aktivitäten begleiten dass wir erfolgreich sind für integration für entwicklung sorgen zweite teamkompetenz kommunikation und feedback prozesse gestalten dann lösungen finden und entscheidungen treffen klar kollaboration wie integrieren wir erfolgreich als ein team wie gestalten wir meetings so dass sie effizient sind und nicht uns sämtliche kräfte rauben und wie geht selbstführung die ja häufig auch als individuelle kompetenz gilt als team das heißt wie können sich ein team ermöglichen sich innerlich und äußerlich das heißt mental emotional und prozessual gut zu organisieren diesen kompetenz aufbau der braucht dann natürlich coaching also uns coaches und das ist genau das was wir tun wie machen wir das das ist eben nicht mehr das konventionelle one to one coaching so im coaching raum wir haben das definiert als development journey also ein team wie läuft das ein team schätzt seine kompetenzen ein die sie jetzt haben und wir entwickeln in sprints stage für stage dann diese team kompetenzen indem wir kleine wissenseinheiten vermitteln dann aber mit den teams unterwegs sind wenn die meetings machen wenn die wenn die arbeiten wenn die entscheidungsprozesse haben und wir begleiten sie dann bei diesen prozessen wir erinnern uns an diesen nachteil den ich gerade nannte zum fußball wir sind nicht dabei wir haben nicht alle spieler das ändert sich wir gehen rein in das unternehmen in das team leben und arbeiten dann mit dem team es gibt natürlich auch individuelle coaching sessions ich brauche alles was ich jetzt kann als leadership und als personal coach da auch nämlich um einzelne zu unterstützen die in diesem prozess sind und mache mit denen auch einzelnes coaching aber das gesamte szenario ändert sich man nennt es auch es gibt so fachbegriffe dafür sowas wie social workplace learning und immersive development nach robert keegan den ich immer mal erwähnen möchte das sind so neue formate in denen coaching integriert ist womit arbeiten wir noch im team coaching es gibt so sachen wie team kompetenzen sei ein gestalter kommuniziere konstruktiv und im dialog wenn das internalisiert wird von menschen in organisationen ändert das sehr sehr viel wird so etwas wie eine dna die das die die kultur hat mit dem kann man sehr gut arbeiten weiter geht es im team coaching um werte ziele visionen strategien und purpose diese dinge zu arbeiten das brauchen teams sehr dringend um da entsprechend erfolgreich sein zu können und nicht zu vergessen womit wir auch arbeiten sind wir nennen das psychosoziale ressourcen es gibt so etwas wie empathie in gruppen so etwas wie gelassenheit in einer gesamtorganisation freude kreativität oder gemeinschaftssinn das sind ressourcen aus denen eine organisation schöpfen kann und muss wenn sie denn erfolgreich sein will organisationale transformation braucht eine menge und sie ist dann wenn sie das richtig macht wenn das coaching das richtig macht uns ist da wir da begleiten können dann ist das coaching eine triebkraft und ein begleiter für die ganze transformation dafür setze ich mich ein und sage wir sollten uns in diese richtung mehr entwickeln das ist die zukunft die das coaching hat und wir können da einiges bewirken in der zukunft müssen uns aber etwas strecken und so ein stück über die grenze sein das ganze ist eine sehr aufregende und herausfordernde sache das kann ich an der stelle schon sagen ich habe das sehr sehr häufig gemacht mache das fast im moment mit meinem team ausschließlich also dass wir in solche projekte hineingehen und ja wen immer das anspricht von uns business coaches der ist da herzlich eingeladen mitzumachen es gibt sehr viele konkrete möglichkeiten das zu tun entweder als coach oder auch auf der seite der unternehmen wo der culture und people bereich natürlich ein ganz wichtiger ist gern im workshop dazu mehr und wer das nicht kann schickt mir eine direct message dankeschön bis zum Teil der Pokal aus zum Teil von